Kalk und Welk. Diesmal ohne Kalk, der sich einen kleinen Urlaub gönnt, bevor alle anderen normalen Menschen Urlaub machen. Dafür aber mit Zeig. Arndt Zeigler springt ein, aber ist viel mehr als eine Urlaubsvertretung, weil er Ahnung von Fußball hat und mit mir Bilanz ziehen wird, was die WM in Katar angeht, die wir jetzt hinter uns haben. Bist du in erster Linie froh, dass es vorbei ist oder auch ein bisschen melancholisch? Ich bin jetzt doch schon froh, dass es vorbei ist, habe aber auch mit Erstaunen gesehen, dass am nächsten Wochenende schon wieder die Premier League spielt. Also es geht jetzt nahtlos weiter, alles ganz anders dieses Jahr, aber die WM hätte jetzt auch nicht viel länger dauern müssen. Nein, für mich hat es auch gereicht und Weihnachtsfußball in England ist ja eh eine schöne Tradition, das kann man sich reinziehen. Also wir reden über den deutschen Fußball, ob er jemals wieder auf die Beine kommt, über alles, was hängen bleibt an dieser seltsamen und unnötigen WM in Katar. Und all das vielleicht nochmal als kleiner Ansporn, sich das anzuhören ohne Oliver Kalkhofe.